Linsenpflänzchen mit buntem Kartoffelsalat, reich an Ballaststoffen, Zutaten für 5 Personen, 800 Gramm festkochende Kartoffeln, 2 Zwiebeln, 5 Essel, kaltgepresstes Maiskeimöl, 250 Gramm rote Linsen, knapp 3 Einundvierzigstel, einfache Gemüsebrühe, 1 Viertel i, doppeltstarke Gemüsebrühe, Klammer auf Instant, Klammer zu, 1 Essel, Kräutersenf, 5 Essel, Weißweinessig, 4 Essel, kaltgepresstes Olivenöl, 1 und Suppengrün, 1 Ei, 40 Gramm Weizen, Vollkornmehl, 50 Gramm frisch geriebene Walnusskerne, Vollmeersalz, 1 Teel, getrocknetes Bohnenkraut, frisch gemahlener schwarzer Pfeffer, 1 Halbsalat, Gurke, Klammer auf etwa 250 Gramm, Klammer zu, 1 Viertelkopf, Endiviensalat, Klammer auf etwa 150 Gramm, Klammer zu, 1 Kleiner Kopf, Radicchio, Klammer auf etwa 100 Gramm, Klammer zu, 50 Gramm Feldsalat, 1 und Schnittlauch, 1 Kästchen, Gartengresse braucht etwas Zeit, pro Person etwa 2900 Kilojoule durch, 690 Kilokalorien, 22 Gramm Eiweiß, 37 Gramm Fett, 68 Gramm Kohlenhydrate, 10 Gramm Ballaststoffe, Zubereitungszeit, 11 Zweitelstunden Führer den Salat, die Kartoffeln unter kaltem Wasser bürsten und in wenig Wasser mit der Schale zugedeckt, weich kutschen, das dauert je nach Größe 30 bis 40 Minuten, währenddessen eine Zwiebel schälen und hacken, 1 Esslöffel Maiskeimöl in einem Topf erhitzen, die Zwiebel darin bei mittlerer Hitze anbraten, die Linsen hinzufügen und so lange unterrühren mit Braten, bis sie vom Öl überzogen sind, Die einfache Gemüsebrühe hinzugießen, einmal aufkochen und die Linsen zugedeckt bei schwacher Hitze in etwa 20 Minuten sehr weich garen, inzwischen die zweite Zwiebel schälen, fein hacken und mit der doppelt starken heißen Gemüsebrühe übergießen, den Senf mit dem Essig und dem Olivenöl verrühren und über die geackte Zwiebel geben, die gegarten Kartoffeln abgießen, noch heiß schälen und in etwa 1,5 cm dicke Scheiben schneiden, Die Zwiebelmarinade darüber geh und die Kartoffeln zugedeckt durchziehen lassen, bis die restlichen Zutaten vorbereitet und die Linsenpflänzchen gebraten sind, das Suppen grün putzen, waschen und fein zerkleinern, mit dem Ei, dem Mehl und den Walnüssen unter die Linsen mischen, Die Masse soll die Konsistenz eines Weichen, formbaren Teiges haben, ist sie zu flüssig, noch etwas Mehl darunter mischen, den Teig mit Salz, dem zerriebenen Bohnenkraut und Pfeffer abschmecken, das restliche Maiskeimöl in einer Pfanne erhitzen, von dem Linsenteig mit 2 E scharfes Esslöffeln kleine Häufchen abstechen, in die Pfanne geben und wie Frikadellen flach drückhaken, die Pflänzchen beim Amen.